In der Spä-Affäre waren zuletzt die Vorwürfe gegen den britischen Geheimdienst in den Hintergrund gerückt. Zu Unrecht, wenn man einem Bericht der Londoner Zeitung Independent folgt. Darin heißt es, die britische Botschaft in Berlin werde, ähnlich wie die US-amerikanische, zu Spionagezwecken genutzt. Das Blatt beruft sich auf den früheren US-Geheimdienstmitarbeiter Snowden. Auch Luftaufnahmen sollen die Vorwürfe belegen. Die britische Botschaft wollte sich zu dem Bericht nicht äußern. Annette Dittert in London. Wie stichhaltig sind die Vorwürfe vom Independent? Der Independent macht damit heute auf. Britons Secret Listening Post in the Heart of Berlin. Der Artikel, der dann folgt, bringt aber wenig Belege, echte Beweise dafür, dass die Briten in Berlin die deutsche Regierung ausspioniert haben vom Dach ihrer Botschaft. Er beruft sich auf Dokumente von Edward Snowden. Dazu hat aber eigentlich nur der Guardian direkten Zugang. Insofern bleibt der Independent ein bisschen schuldig. Welche Quellen er eigentlich genutzt hat und von woher er diese Informationen hat, das ist im Moment hier für uns alle noch ein wenig nebulös. Ist es dennoch denkbar, dass die Geschichte stimmt? Das ist durchaus denkbar und das ist auch überhaupt nicht unwahrscheinlich, dass die Briten in Berlin die deutsche Regierung versucht haben auszuspionieren. Vor allem, wenn man bedenkt, wie scharf sich die britische Regierung hier gegen Edward Snowden gestellt hat, ihn als Terroristenhelfer bezeichnet hat, ihn als jemanden beschrieben hat, der die nationale Sicherheit in Gefahr bringt. David Cameron selbst hatte sogar die Presse und namentlich besonders den Guardian, der das Material Snowdens ja veröffentlicht, massiv attackiert und ihm noch letzte Woche Montag mit unverhohlen, mit gerichtlichen Maßnahmen gedroht, falls die Zeitung nicht zur Vernunft komme. Und wer sich so unverhohlen an die Seite und so klar an die Seite der NSA und der Amerikaner stellt, der wird auch wenig Hemmungen haben, dem großen Bruder in Berlin zur Seite, zur Hilfe zu springen. Insofern ist das durchaus denkbar. Aber der Independent ist bis jetzt noch echte Belege für diese Behauptung schuldig geblieben. Danke, Annette Dittert in London. Danke, Annette Dittert in London.